hallo und herzlich willkommen auf dem youtube kanal von rising from the ruins ich bin wieder ulle ulle und heute sind wir mit unserem leschfeld im objekt 704 unterwegs auf der karte gletscher das gegnerteam ist auf alle fälle nicht ganz so gut aufgestellt wie das von unserem leschfeld der e 50 möchte auf alle fälle nicht rausfahren er bleibt schön in einem stein naja macht doch ein fälle das hat weh getan 858 acht mal schön in der seite das tut auch ein e 50 weh und dann macht den fälle noch einmal wahnsinn leider noch nicht nachgeladen sonst wäre es dein kill gewesen jetzt fährt er da nicht wirklich wieder ich wollte gerade sagen ja durch den fels durchschießen wird noch nichts ok das ist auch mal ein ort zu wenden das hat gute geht Das ist ärgerlich. Ziele fasst. Gegnervollzeug ausgeschaltet. Ich seh sie nicht mehr. Aber schön geklärt unser Löschfeld. 4100 oder 4200 Schaden schon gemacht. Einen Kill hat er auch schon auf der Uhr stehen. Alles gut. 1. 2. 3. 7. 7. 8. 9. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 13. Da hat sich unser Herr Leschfeld aber jetzt was vorgenommen hier, die ganze Runde zu fahren. Aber da hat sowohl nichts mehr abbekommen. Oder taucht die Ardi hier noch auf? Naja, ich wollte gerade sagen. Nein, da bekommst du nichts mehr ab. Aber trotzdem eine schöne Runde. Kann man nichts sagen. So, kommen wir nochmal zu den Post Game Stats. Das war 1. Klasse Speer, Wirkungsfeuer, Schläger und Spartaner. 4191 Schaden gemacht, 1383 ermöglicht. Okay, kein Großkaliber bekommen. Wundert mich. 84.000 plus und das ganze in 7 Minuten 46. 1588 über 300 Meter Entfernung gemacht. Also, ganz gutes Match. Wenn es euch gefallen hat, dann wieder abonnieren und liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.